Ich hab keine Ahnung, was die sich dabei gedacht haben. Ja, bei einer Spitzsacke lohnt sich das ja mit Silk Touch. Da kriegt man dann ja den ganzen Block, da kann man so Grasblöcke ganz abbauen, dann hat man einen Grasblock im Inventor und so. Ach so, das... Ja, das heißt auf Deutsch, glaube ich, Behutsamkeit. Ja, und damit kann man das halt abbauen. Nur, wozu braucht man das auf einer Axt? Das weiß ich nicht. Das ist ja die Frage. Also, ja. Hey Chuck, das ist das erste Mal, dass ich nicht gucken muss, wie viel Speicher ich hab. Ach ja, das ist ganz neu für mich jetzt alles. By the way, es ist mal aufnehmen. Das wissen die Zuschauer ja nicht, ne? Oder? Nö, ich hab ja keine Pause gemacht. Nein. Ja, tut mich auch sorry, aber Soundkarte war kaputt. Ja. Und du hast doch noch was, äh, irgendwie fertig gehabt, oder nicht, was für mich hochklangst. Wo schust? Das hättest du einfach mal hochklang können. Über welches Projekt redest du denn? Ich weiß nicht. Also, wer... Ich glaube, es war Minecraft. Nein. Ich weiß. Pst, ich wollte dich mal schön. Okay. Das war noch gut. Ja, nee. Okay, nicht. Ja, weil ich wollte dich ja nicht zu Ende führen, weil ich ja nicht weitergekommen bin. Ich war zu schlecht. Weil du hast diesen Sprung nicht geschafft, oder was? Ja. Wo ich diese 10 Stunden da dran gesessen hab. Ich glaube, das war eine Stunde. Eineinhalb. Eine dreiviertel Stunde. Birka. Wie, Patz? Ja, rechne mal aus. Neun Minuten Parts, oder was waren das? Unterschiedlich. Ja. Ja, rechne mal aus, ja. Weiß nicht. Keine Ahnung. Ja, normalerweise 15. So standardmäßig. Ich glaube, ich kann jetzt auch gar nicht mehr länger als 15 Minuten hochladen, weil ich immer so große Pausen gemacht hab. Hm. Da wurde dir jetzt recht entzogen, oder was? Ja, ich hab's nicht wieder probiert. So. Mal gucken. Bei mir steht das immer noch da. Herzlichen Glückwunsch. Sie sind jetzt freigeschaltet für 15 Minuten. Ach, was? Ich bin irgendwie schon seit, äh, einem Jahr. Also, das hättest du sehen müssen. Das hättest du wirklich sehen müssen. Dann werde ich's ja sehen, ne? Wenn du's nicht mehr sehen kannst. Göttlich. Ich hab auch nicht richtig verstanden, was du vorher gesagt hast. Oder was? Ist ja ganz komisch. Na toll, jetzt muss ich meine Sachen wiederfinden. Ja, ich bin grad in ne Höhle gefallen. Und dann dachte ich, ja, warum steht da ein Busch drin? Das war aber kein Busch, das war ein Creeper. Ist auch geil. Äh, was ist das denn da für ein Busch? Hallo, Busch? Und dann sind meine natürlichen Superreflexe aktiviert worden. Ich mach gar nichts mehr. Und dann irgendwie... Oh, das ist ja ein Creeper. Oh, zu spät. Hast ja gemerkt. Ja. Wo ist denn jetzt das Loch? Flup. Ach, ist es hier? Nee. Hilfst du mir mal kurz beim Suchen? Weißt du nicht, wo du gestorben bist? Ja, ich auch nicht. Hm. Höhle. Schnell durch. Wow. Tschüss. Ja, ich bin irgendwo da gestorben, wo keine Birken mehr sind, weil ich hier abgebaut hab. Irgendwo da. Es hilft auch ungemein. Ja, natürlich. So. Ich muss mich grad um was kümmern. Oh, fast falsch gemacht. Fast. Gut, dass ich da nochmal reagiert hab. Okay, dann bräuchte ich das jetzt auch. Ach, ich will nicht, dass die ganzen Sachen weg sind. Was war denn das alles? Das war mein ganzes Holz. Zwei Eisenspitzhacken. Dann lauf ich wahrscheinlich die ganze Zeit dran vorbei. Meine Axt. Ungefähr zehn Stacks Holz. Ja, ich komm gleich mal vorbei und dann helf ich. Das hält nur. Oh, ich hab's gefunden. Schon okay. Ich biete nur meine Hilfe an und schon findest du's. Das war aber eine gemeine Höhle. Jetzt bin ich wieder Level 3. Level 1. Weil ich irgendwie nie was mach. Außer Häuschen bauen. Ist doch jetzt nicht dein Ernst, oder? Na, wirklich. Nee, das meine ich nicht, aber ich bin gerade hier in der Höhle gewesen, hab auf die andere Seite geguckt, dann konnte ich hier aber nicht hochgehen, weil hier zwei Steine waren und dann bin ich wieder rausgegangen. Jetzt geh ich von der anderen Seite rein, da lagen meine Sachen da. Sollte das ein Wah-Wah-Wah werden. Sollte... Wah-Wah-Wah-Wah. Ja. Oh, wie viel Kabel ich hab. Kabelstuhle. So, das dahin, das dahin, das, 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 das. Das, 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 das. Und dann kommt hier so was hin. Oh, wir brauchen Standardholz. Ach ja, ich kann auch andere Texturen-Packs reinmachen, wenn ihr wollt. Aber ich hab jetzt mal das gelassen. Also mit ihr meinst du die Zuschauer? Ja. Gut. Und nein, ich nehm nicht das doofe Texture-Pack, was jeder hat. Zwinker, zwinker. Ach ja, das, ja, ja. Stimmt. Ich mein, nicht Misa. Gero-Doku? Nein, das Dingens, was wirklich jeder hat, also. Der, der halt mit Minecraft so, der Minecraft sozusagen erfunden hat, der Typ. Hm. Zwinker, zwinker. Quatsch? Nein. Er fängt mit G an. Hm. Das spiel ich. Der Georg. Ja, genau. So, ähm. Lass uns nicht weiter über Georg reden. Hast du noch Feuer? Ja, hab ich. Oh, warum sind hier so viele Fackeln? Ich hab... Entweder so eine Fackel. Ich war die ganze Zeit im Keller. Ich hab damit nichts zu tun. Und warum nehm ich mit 61 FPS auf? Ich hab's doch auf 60 eingestellt. Ey. Ich find mich schwankt das die ganze Zeit. Ja, bei mir auch, aber... Warum ist hier ein Loch? Bist du hier explodiert? Nee, ich fahr... Ich fahr in der Höhle explodiert gewesen. Ja, da ist ja eine Höhle, wo jetzt ein Loch drin ist. Und irgendwie war da vorher noch kein Loch, als ich da war. So. Einmal, einmal, einmal. Einmal brauche ich nicht mehr. Ähm, das brauche ich nicht mehr, das brauche ich nicht mehr, das brauche ich nicht mehr. Hier ist dein Bett. Sech, bitte. Ich geh mal Feuerzeug, bitte. Danke. Vorsichtig. Ja. Sofort wegpacken und essen. Wo ist Essen? Nicht für Kinder unter drei Jahren. Das. Ich hab 17 Steaks. Brauchst du noch essen? Nee, ich hab 17. Und dann ess ich jetzt alles auf. Ich baue jetzt mein Hausfighter und gern Bravis vorbei. Das sieht voll witzig aus. So. Ich hab nur 46 Holz. Oh nein. So. Du kannst ja gleich mal gucken, wie es dir gefällt. Ja, ich geh mal eben kurz woanders hin. Was, meinst du jetzt in Minecraft, oder? Nö, ja, so, ja, 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 nö, ja. Ach so. Ach, hier, das ist Loch, das, das stört mich. Ja, mach es zu. Ja. Es kommen noch die ganzen Piecher da rein. So, ähm... Blockverschendung. Weg, 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 weg. Oh, jetzt können wir wieder schlafen gehen. Nein. Dann halt nicht. Oh ne, ich brauch doch noch was. Ich war es vergessen. Das Spiel will mich ehrlich verarschen. Mir fehlt jetzt ein Block. Boah! Dieses Spiel! So, jetzt geht's los! Huiiii! Ich geh grad erst mal hinter ein Zimmer und guck, ob du den Block hast! Nein! So! Oh Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Okay, jetzt stamm ich erstmal sinnlose Sachen da rein! Okay, ich muss da hoch! Ich muss da hoch! Ich muss da lebendig hoch und ich muss lebendig wieder zurück! Wo bist du denn? Ich weiß es nicht! Ich kenne das! Ich kenne diesen Ort nicht! Oh, jetzt hab ich den Block immer noch nicht! Ja! Ja, 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 ja! Nein! Zu wenig! Wow! Wie gemein! Ich geh ausm Haus raus! Ah, du lebst noch! Ja, und das Haus auch noch! Gut! Das Haus lebt auch noch! Gut! Wow, wow! Okay! Jetzt vielleicht ist ein kleines Loch davor aber... Nein! Das fällt nicht auf! Hoffentlich! So! Aber wenn du so lachst, dann ist es kein kleines Loch! Ja! Es fällt sich in Grenzen! Oh! Mann! Okay! Außerdem werde ich jetzt das komplette Let's Play sowieso nur in meinem Zimmer verbringen! Pfff! Du bist Stuhmarest! Waa- Mann! Ich werd belästigt! Hau ab! Bogen! Schützen! Skillet! Du hast keine Ahnung, was ich mach' und wo ich bin! Was warst du denn? Weiß ich nicht! Wollen wir mal kurz draußen frische Luft schnappen! Okay, ich... Dann... Heißt, ich muss mir deinen Let's Play angucken! Ja! Achja, wenn du möchtest, wenn du Holz hast, kannst du bei Parvi weiterbauen! Dann hängt der nicht so zurück! Ja, ich muss mal eben... Selber! Abyschel was bauen! Abyschel was bauen! Ah! Jetzt komm ich mal wieder nicht hier raus, ey! Hm... 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 Steckst du im Wasser fest, oder was? Ja! Wo denn? Nichts passiert! Alle laufen immer so durch sich durch! Warum sind jetzt beide Truhen offen? Wissen nicht! Sind die bei dir auch so verpackt? Ja, bei mir waren die auch offen! Komisch! Witzisch! Warum haben wir jetzt so viele Eimer? Hehehe! 1, 2, 3, 4, 5... Ich brauchte die halt! Ich brauchte die halt! Was machen sie? Sie liegen in der Kiste rum! Ey, jetzt brauch ich sie nicht mehr! Jetzt können wir die wieder einschmelzen und zu Eisen machen! Wenn das so einfach wäre! Guck mal, geh mal in mein Zimmer! Hast du ein Swimming Pool? Ja! Hallo! Auf jeden Fall! Was passiert jetzt? Oh, ich jetzt winke! Aua! Schade, ich hätte gern Lava drüber gemacht! Was wollte ich jetzt eigentlich machen? Wir müssen schlafen gehen, es regnet! Wow! Weißt du jetzt immer noch nicht, was ruhig war und was ich gemacht habe? Nein! Guck doch mal in mein Zimmer! Du warst in der Hölle? Ja! Hä, zeig mal wo das Portal ist! Okay! Ach, du hast das gegossen? Ja, dafür brauchte ich die ganzen Eimer! Und ich hatte keinen Bock immer hin und her zu laufen! Wo? Ach, warte, wo ist der Keller? Hier ist der Keller! Hier, ich hab dir übrigens Nether mitgebracht! Ja, danke! Ähm, ich brauch noch zwei, damit ich mir noch eins machen kann! Hier, da wo dick und fett steht, Geheimprojekt! Moment, ah, okay! Legs vorbei! Hier! Das konnte ich bauen, ohne dass es zu einer gemerkt hat! Ich weiß nicht, hast du viele Sachen dabei? Ja, deshalb... Ich fände das gefährlich! Ich hab, ich hab ein bisschen Holz mit, also... Ja, ich kann mir das eigentlich alles selber zusammenbauen, um da oben dran zu kommen! Ja, ich hol mir jetzt ein bisschen Nether Rack! Ach toll, ich hab... Ach so, kann man nur mit einer Spitzer Cup bauen? Ja! Nice! Was brauchst du überhaupt in der Schaufel? Der Hunt! Ich hab jetzt grad nichts dabei! Ach, da muss ich wieder zurück! Immer diese Hin- und Herlaufen rein! Weißt du eigentlich, wie man ganz Slow-Soulsend macht? Oh, da ist ein Ghast! Ja, dann geh vorm Tor weg! Verdammt nochmal! Ich bin schon durch! Ich hab den vorhin schon gehört, aber ich bin voll erschreckt! Fuck, 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 weg, 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 weg! Das ist auch irgendwie die ungünstigste Position, wo das Tor hätte stehen können! Ja, du kannst ja was drumrum bauen! Ja, wir müssen mal irgendwie so ne Festung! Oh, hier oben ist es voll nicht schön, hier ist es am Regnen! Wanns'n Tag! Und jetzt lagts bei mir! Oder ich hab jedenfalls nicht hohe FPS! Dann wird... Mach mal, jetzt wird mein Eif! Schlecht! Okay, jetzt können wir schlafen gehen! Gehst du schlafen? Kann ich eben noch kurz mein Zimmer vervollständigen? Nein! Geh schlafen! Sofort! Okay! Mein Bild will ich... Beim ersten Mal mal! Regen! So, fein! Regen, geh weg! Wer woll'n mich nicht! Brav ist immer! Wow! Oh! Oh! Hallo! Ich will die Erfahrung! Ich will die Erfahrung! Nein! Du schwa- Ah! Ich weiß mich doch nicht hinterher! Du wolltest die Erfahrung! Aber doch nicht sooo! Jetzt hast du die Erfahrung gemacht! Ja! Ja, die Erfahrung komm ich weg! Ich dachte immer, dass das Nerby anstand nearby! Nervy! You can't rest while they're... Nervy! 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 Boah, das Haus ist so... fahrwinkelt. Das Haus ist so OP. Wo war jetzt nochmal das Geheim-Projekt? Achja, da wo Geheim-Projekt steht. Auf dem Weg ist das sehr schwierig. Ich hab's so gebaut, dass das jeder erreichen kann. Du hast irgendwas von Super-Slow-Prented. Was war der denn? Ich hab jetzt Angst, ich bin hier verstanden, wo ist der? Wo war der? Ich seh' nicht. Was? Das war ein Bett. Weißt du nicht, was passiert, wenn man ein Bett platziert? Ja doch, doch, doch. Ich hab auch schon mal die Erfahrung. Auch sehr schmerzhaft. Frage ist jetzt, wie komm ich zurück? Wow. Wow, hier ist ein zweites Tor. Ja, weil du das erste kaputt gemacht hast. Ja, das zweite hab ich jetzt wieder fertig. Au, au. Au. Können wir das erste abbauen? Ja, viel Spaß. Was ist das hier für ein Schlachtfeld? Das ist ja fast zu Gast. Oh. Wir müssen den irgendwann mal töten. Dann nehmen wir seine Träne. Schlachtfeld, das war mein Bett. Ja, stimmt. Und wie viel? Wir müssen das andere Tor übrigens vergraben. Dann fällt das nicht so auf. Vergraben. Das ist ja nur vier hoch. Fünf hoch. Oh, was ist da da? Da ist ein kleinen Haufen da. Dieser große Berg. Doch, das ist nichts. Da ist auch kein Portal drunter. Nein. Da wär man da hingeporselt, so. Eingemauert. Ja. Dann stirbt man sofort, wenn man eingequetscht ist. Eingequetscht. Quetscht, ja. Aua. Soll ich mal ein paar Pigmen töten? Nein, die töten nicht. Zombie. Sorry. Äh, bist du gestorben hier? Ach ja, bist du ja. Ich hab deine Sachen gefunden. Meine? Du hast meine Sachen gefunden. Gib meine Sachen her. Ich dachte, die wären verbrannt. Ah! Ich dachte, die wären verbrannt. Ah! Hm. Ich dachte, die chunky kleine bzw. Du hast mich etwas für verbrannt. Stänger. Nichts, sollen hier lead dich mal ein paarklichсти Ger nhân? Ich gebe dich jetzt noch nach. Keiner sing. Dann lieber das sprach. Kann du denn sagen, beats Jagлуш對 mich vor. Ich kann die rebels Ahora paz und dries re independent und zu suchen. Warum so? Und also zum nächsten Mal. ciao. Und dann sehen wir uns auch von einem Tag zumEC nochmal von. All der Tabenzial. Du maszyn schwer. Und blSMadas. Vielen Dank.